Hey ihr lieben VR-Zucker da draußen, jetzt mal aufgepasst. Am 14. März startet unser erster großer Community-Event mit VR-Pack. Und das Beste ist, ihr könnt live dabei sein. Ja, ihr hört richtig, live. Das heißt, das Teil wird nicht aufgezeichnet, sondern live übertragen auf YouTube. Yeah! Wir spielen Project Cars 2 mit insgesamt 32 Spielern, das heißt, der Server ist beschränkt, aber verdammt voll. Weitere Events mit anderen Spielen werden natürlich noch folgen. Naja, jedenfalls packt dann eure VR-Brille aus, startet die Motoren und ab geht's dann um 20 Uhr auf die Daytona International Speedway. Treffpunkt ist der VR-Pack Discord, der unter diesem Video verlinkt ist. Ach ja, und falls ihr das Spiel noch nicht habt, es gibt ein Angebot auf mmog.de. Ach ja, und wie ihr immer zählt, wer zuerst kommt, fährt zuerst. Alles klar? Also, worauf wartet ihr noch? Let's race! Ja! Ja!